Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 7. November, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Provision. 6 BU-Versicherer regulieren hervorragend. Neun Versicherer stellten sich dem Leistungspraxis-Rating 2023 von Franco und Bornberg im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit Allianz, Ergo, Generali, HDI, Nürnberger und Zurich erreichten sechs Versicherer die Höchstwertung FFF Plus hervorragend. Gotha, Hannoversche und Signale Duna regulieren sehr gut. Ehemaliger Generali-Vorstand beerbt Clark-Mitgründer. Benedikt Kalteyer wird neues Vorstandsmitglied der Clark Holding und Geschäftsführer der Ethnitäten in Deutschland. Er folgt Co-Founder Marco Adelt, der sich Ende Februar 2024 aus dem operativen Geschäft zurückziehen und das Unternehmen ab Sommer 2024 langfristig als Aktionär und Berater unterstützen will. Kalteyer war zuletzt CEO der Cosmos Direkt und Chief Distribution Officer der Generali Deutschland. Viridium mit neuem COO und neuem CTO. Die Viridium-Gruppe gibt personelle Veränderungen auf Vorstandsebene bekannt. Michael Havas, bisher Bereichsleider Kundenservice der Viridium, übernimmt zum 1. April 2024 die Rolle des COO, Chief Operating Officer. Der langjährige COO, Markus Oeschberg, bleibt im Unternehmen weiterhin verbunden. In des Weiteren wird Christoph Kecher, bisher CTO, Chief Technology Officer bei der Hamburger Commercial Bank, zum 1. April 2024 neuer CTO bei Viridium. Er folgt damit auch Jörg Günther, der das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird. KI-gestützter Vertriebsconcierge. Positive Bilanz im Agenturvertrieb. Zu Beginn des Jahres haben die SELIA AG und der Agenturvertrieb der Versicherungskammer Bayern ihre Partnerschaft weiter ausgebaut. So wurde der KI-gestützte Vertriebsconcierge MOVE mit seinen Assistenzfunktionen auf die Außendienstmitarbeiter von 50 Versicherungsagenturen ausgerollt. Deren Bilanz fällt positiv aus. Die Agenturen verzeichnen eine bis zu 25%ige Steigerung der Abschlussquote sowie eine durchschnittliche Zeitersparnis bei administrativen Tätigkeiten von 30%. Blau Direkt übernimmt Markterhaus. Das Traditionshaus GV Markter GmbH wird Teil von Blau Direkt. Das Unternehmen soll unverändert am Standort im baden-württembergischen Gengenbach bestehen bleiben. Auch Mark Meiner soll als Geschäftsführer an Bord bleiben. Immer mehr Oldtimer in Deutschland. Am 1. Januar waren 793.589 Kfz-Fahrzeuge und Kfz-Anhänger mit und ohne Historienkennzeichen, im deutschen Sprachgebrauch meist als Oldtimer bezeichnet, in Deutschland zugelassen. Dies war ein Anstieg von 8,4% im Vergleich zum Vorjahr. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 7. November, präsentiert von IB Pro. Die Lösung für Bestand und Provision.